Unfassbar viele Menschen interessieren sich für das Thema Inkarnation. Zugegeben ist das auch ein sehr spannendes Thema. Allerdings wird es aus meiner Sichtweise heraus oft als zu romantisch dargestellt, wie das, was wirklich der Realität entspricht. Du hast jetzt gehört, dass unsere Seele aus unterschiedlichen Seelenanteilen besteht. Jeder dieser Seelenanteile ist unterwegs, um seine Erfahrung zu machen. Hierbei geht es immer um die Erfahrung des Ganzen. Das heißt, es können Erfahrungen des Verlustes sein. Es können Erfahrungen sein, wie zum Beispiel verschiedene Todesursachen. Es wird alles erfahren von der Seele. Jeder Zeitpunkt, jeder Werdegang, jede Tat, einfach alles. Hierbei geht es darum, die Erfahrung ohne Bewertung zu machen. Nochmal, die Bewertungen machen wir Menschen. Zurück zur Inkarnation. Die geistige Welt hat mir das Thema Inkarnation damals erklärt anhand eines Blumenkohls. Ich habe ihn dir jetzt hier schon erklärt anhand eines Kuchens. Es ist immer so, dass es eine Hauptseele gibt, wenn man sie denn so bezeichnen möchte. Denk dran, es ist schlussendlich immer nur eine Riesenseele. Und von dieser Seele jedes Stückchen, also jedes Blumenkohlröschen oder jedes Tortenstückchen unterwegs ist. Alle gleichzeitig. Möchte jetzt jemand über seine Inkarnationen erfahren, dann gehen die meisten Menschen davon aus, dass sie als die Person, die sie jetzt sind, gleichzeitig auch in einem anderen Leben sind. Die Antwort ist nein. Das heißt, ich, Susan, lebe nur ein einziges Mal. Du in der Form lebst nur ein einziges Mal. Aber das, was deine Seele ausmacht, das inkarniert noch in anderen Leben. Es kann sein, dass ich in einem Leben transsexuell bin. Es kann sein, dass ich in einem Leben männlich bin. Dass ich in einem Leben gar nicht geboren werde. Dass ich in einem Leben umgebracht werde. Dass ich in einem Leben Mörder bin. Dass ich in einem Leben Vergewaltiger bin. All das sind Erfahrungen, die die Seele sammelt. Wir beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Was wir nicht beurteilen können, ist, ob die Seele sich das, was sie in diesem Leben erfahren möchte, nicht zusammen mit den anderen Seelen in der geistigen Welt vorher schon ausgemacht hat. Das ist zumindest meine Information. Sie sagen immer wieder, gehe raus aus der Beurteilung. Egal welches Leid ich auch sehe. Sie zeigen mir zu jeder Zeit auf, dass ich zwar mein Mitgefühl dorthin geben darf. Aber dass ich nicht ins Mitleid verfallen soll, weil ich nicht die Seelengeschichte dahinter kenne. Ich weiß nicht, ob diese Seele diese Vereinbarung nicht vorher mit der anderen Seele getroffen hat. In der Zusammenarbeit mit der geistigen Welt zeigen sie das sehr oft an. Also nochmal. Reinkarnation bedeutet, dass die Seele gleichzeitig unterwegs ist. Das eine oder andere Mal ist es sehr spannend zu sehen, dass kleine Kinder sagen, ich war im letzten Leben der und der und der und habe dort und dort gelebt. Und manchmal lässt sich das sogar herausfinden. Das Schöne daran ist, dass Kinder, sofern sie noch nicht von ihren Eltern und ihrem Umfeld so sehr geprägt wurden mit deren Mustern, immer noch diesen Zugang, diesen klaren, deutlichen Zugang zur geistigen Welt haben. Ja und manchmal können sie dabei sogar aufzeigen, wo und wie sie gelebt haben und wer sie war. Sieh das Leben, auch dein Leben als Geschichte an. Ich bin hier eine Geschichte. Ich spiele hier eine Rolle. Ich bin ein Teil des Ganzen. Ich habe die Möglichkeit, bei jeder Inkarnation, die wie gesagt gleichzeitig läuft, mir eine andere Rolle auszusuchen und diese Rolle darf ich ausfüllen, wie ich möchte. Ich habe immer die Chance, die beste Rolle zu bekommen und muss nicht die Nebenrollen spielen. Die Frage ist, wie weit ist mein Bewusstsein, um das zu verstehen? Früher habe ich selbst eine Erfahrung mit dem Thema Inkarnation machen dürfen. Allerdings, da diese Erfahrung relativ komisch war, habe ich das viele Jahre überhaupt nicht als reale Reinkarnation erkannt. Heute weiß ich noch nicht mal mehr, wie ich zu dieser Person gekommen bin. Ich weiß nur, dass es ein junger Mann war, dass ich mich auf ihren Couch legen sollte und dass dann mir gesagt wurde, schließ jetzt deine Augen. Und er hat irgendetwas gesagt, das mich angeblich in diese Inkarnationsebenen führt. Irgendwann habe ich dann tatsächlich Bilder bekommen, wobei ich zuerst dachte, das funktioniert doch gar nicht wirklich. Und die Bilder, die ich bekommen habe, waren nicht leicht zu sehen, weil sie haben mich gezeigt, ich würde sagen im Mittelalter. Und in dieser mittelalterlichen Zeit war ich tatsächlich auch eine Frau. Mir wurde damals ein Mord untergeschoben und es wurde so getan, als ob ich jemanden ermordet habe und deswegen wurde mir ebenfalls das Leben genommen. Ich fand damals die Erfahrung ganz furchtbar. Irgendwie bin ich erschlagen worden mit einem Amboss, den ich deutlich auf meinem Brustkorb spüren konnte. Die Informationen konnte ich dazu nicht verarbeiten. Der Mensch, mit dem ich diese Inkarnation angeschaut habe, hat mir auch keine weiteren Informationen dazu gegeben, sodass ich diese Erfahrung, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, einfach als Schwachsinn abgetan habe und dachte, okay, dann brauche ich das Thema Reinkarnation nicht. Heute, fast 30 Jahre später, weiß ich, dass ich damals tatsächlich die Chance hatte, eins meiner Leben anzuschauen. Da aber jeder denkt, Reinkarnation bedeutet was ganz Romantisches. Habe ich neben Kleopatra schon gesessen und auf welcher Insel bin ich geboren? Wo habe ich denn Tolles gelebt? Habe ich damals auch nicht erkannt, dass Reinkarnation bedeutet, alle Geschichten, alle Leben anzuschauen. Auch die, in denen es nicht gut gelaufen ist. Auch die, in denen ich verurteilt bin. Auch die, in denen ich selber Mörder oder Opfer bin. Das habe ich damals für mich nicht verstanden. Also nochmal, Reinkarnation, ja natürlich gibt es die. Und es kann sogar sein, dass ein Mensch, der gerade verstorben ist, jetzt in dem Leben neu inkarniert. Zum Beispiel in einem kleinen Kind. Aber das, und das sagt zumindest die geistige Welt, ist nicht die Regel. Hier gilt, du bist nur einmal. Und vielleicht gehörst du zu den 0,001 Prozent, die tatsächlich nochmal neu inkarnieren. Aber du bist jetzt in der Form, mit dem Bewusstsein, einmal. Und es ist an dir, das Beste aus diesem Leben zu machen. Das Beste aus deiner Version zu machen. Und das Beste aus diesem Leben mitzunehmen. Nimm mit, was geht. Die, 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 die